so natürlich kein problem er holt sich den ball der ball ist draußen es gibt einwurf paulo alo e fudu für sie es gibt ein buchstäblich letzter sekunde absoluter wahnsinn wer weiß es denn vielleicht haben wir hier ein entscheidendes tor gesehen so jetzt können wir uns den treffer noch mal genau anschauen diesmal aus einer anderen kamera perspektive die letzten fünf minuten laufen noch liegen sie mit einem tor vorne